Achso, ihr wollt schon ins Bett? Bitte was? Ja und? Ich dachte wir zocken hier bis 5 Uhr morgens durch. Was habt ihr denn vor? Mann! Ich mach morgen ruhig, morgen früh mit Markus eine Runde vom Line zocken und dann irgendwann Fußball gucken. Ich muss ja Sonntag auch wieder arbeiten. Um 10 Uhr muss ich arbeiten. Bis halb elf. Also abends. Ne, das wäre ein bisschen krass. Da kommst du mit einem halben Stunde nicht hin. Ja, das war schön. Ne, hier wird ein langer Sonntag. Deswegen mach ich ja morgen einen entspannten Fußballtag. So mittendrin in der Tour an der Bushaltestelle. So, ich hab jetzt zwei Abends, die laufen jetzt den Rest. Würde ich manchmal gerne machen. Aussteigen, klaro, könnte er laufen. Aber die können es ja leider nicht machen. Ja gut, dann setze ich mich halt nach der Runde noch ein bisschen hin und schneide noch ein bisschen Videos. Das geht bei mir leider jetzt. Ja, bei mir hat sich mein, mein Schneide-PC hat sich verabschiedet letzte Woche. Ich mach das jetzt über die Playstation. Ja, ja, mein Laptop ist durch. Der fährt nicht mehr hoch. Aber ich hab ja die Playstation, da kann ich ja die Intros über die Share Factory reinpacken und dann brauch ich die nur auf dem USB-Stick tun. Ich hab ja mein Gaming-PC noch, der lädt das dann noch hoch. Geht eigentlich sogar schneller. So kann ich quasi theoretisch diese ganzen Rainbow-Videos, die ich jetzt heute mal gemacht hab, direkt am gleichen Namen hochladen. Aber ich mach heute nichts mehr. So, jetzt, scht. Eine Klatze. Hier sind wir was mit Schild bei B. Der ist auch in meine Giftings getreten. Ja, der ist gerade auch in den Ball. Hab ihn. Ich lade nach. Das ist aber noch was. Das noch. Ja, ja. Weil da ist kein Laserpol irgendwie sicher drin gewesen. Ja, ich seh's da hinten. Da hinten in der Ecke. Ja, ich weiß, dass du mich. Hab ich. Sehr schön. Aua. Ja, ich bin noch in irgendwas reingerannt. Ja, ja. Ja, ja. Oh, mir ist ein Stück umgefallen. Du kannst dreimal raten. Vor allen Dingen hört man das schön in der Aufnahme. Die Bomben sichern. Eigentlich ist meine Stimme nicht aufteil. So, beim letzten Mal, wo du was gegessen hast, das hat man voll in der Aufnahme gehört. Na, da muss ich sie ausstellen. Eigentlich hab ich ihn immer oft aus. Lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Na ja, morgen musst du eh wieder anmachen, wenn wir dann zusammen zocken. Ich hab schon gesehen. Großer Preis von Saudi-Arabien. Ich freu mich jetzt schon drauf. Nicht. So, ich hab' zocken. Störsender eingesetzt. Oh. Upsi. Bombe vom Gegner entdeckt. Ich werfe den Kröder. Nicht in den Explosionsradius kommen. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Ich werfe den Kröder. 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 Hier bei mir. Ich werfe den Kröder, ich werfe den Kröder. Hm? Mh. Mission gefährdet. Bombenentschärfungsgerät wurde platziert. Mannes eigenen Trucks verbleibt. Eigener Truppe eliminiert. Mission gescheitert. alles gut alles gut alles gut ich überlege gerade was ich nehme nimm ruhig Füß ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren das war ja auch keine Absicht, ich habe gehofft, dass da ein Gegner mit drin sitzt ein bisschen Schwund ist manchmal immer oder manchmal immer Drohne hat eine Bombe lokalisiert einsatz in 10 Sekunden fünf Sekunden bis zum Einsatz ne, bin wir da bin wir da einlassen hm das ist das ist Nettelball ist der Schücheldein. Haltiviere Drohne. Hallo? Haltiviere Drohne. 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 Oh, schrieb ich so licht. Es bleiben noch 5 Sekunden. Das Zeitlimit wurde überschritten. Haltiviere Drohne. Ach, nymphs. Haltiviere Drohne. Verwirr liste. Haltiviere Drohne. ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspüren die gleiche wir sind im gleichen spot wieder die vip schlafzimmer ja was ist hochgerannt auf jeden fall vor sie gesehen habe rück zur bombe vor und entschärft sie ein bisschen aufpassen weil ich glaube die vorstufe wie gerade im rein sind oben die sich hat ein bisschen ab zumindest stand sie da oben verbindung wird aufgebaut bereit wurde konzertiert ja 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 vorsicht die hier jawohl ein gegner verbleibt ja klar die war schon tot komm jetzt noch mal ein Sieg zum Abschluss ja die haben alle keinen bock mehr jetzt du nicht zu leicht nehmen soll schon mal spiele gegeben haben wo gab es gegen 1 oder 2 verloren haben na ja 10 Sekunden bis Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Wir haben den Griff. Nein, lasst ihr Fuse vor. Oh, das war keine Absicht. Äh, Mosi steht AFK hinter irgendeiner Kiste. Auf ping. Ich stehe voraus. Heckvorgang eingeleitet. Die Ressource gehört uns. Da geht sie deswegen, Schatz. Oh! Ein wichtiges Telefonat. Sie lebt noch. Scheiße. Oh, die Post. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Der ist ein bleibender Gegner. Schön. Oh, die Post jetzt auf der... Ach, Menno. Ich hab noch drüber gewarnt, muss ich zugeben. Ach, Menno. Ja, heute haben wir mal aber überhaupt nichts geschissen bekommen. Ne, nur... Ne, das meine ich halt damit. Wir haben heute nichts auf die... Das meine ich vom Ergebnis. Wir haben nichts auf die Ketten bekommen. Aber alles... Ja, ich persönlich fand mich heute nicht gut. Aber gut, alles okay. Passiert. Geht ja nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern um Spaß. Ja, weil ich aber schon im... Ja, er hat ja recht. Ich merke mich, ich weiß das auch, dass ich mich ziemlich zurückhalten. Aber ich bin halt keiner, der irgendwo reinrennt. Weil ich dann meistens nicht auf die Fresse kriege. Ob digitally noch nicht über fówrale ein. Ja, ich bin davon habe es geschafft... Ich Entrepreneur war Watch Wenn da�도 ein위hörer wie ein Quark, dann in eine andere Option, Vielen Dank.